ihr werdet euch fragen warum um himmels willen wenn dieses märchen ausgerechnet in einer küche an ich sage euch das hat seinen grund und zwar ist dieser grund dieses küchen gerät kennt jetzt das ist eine nach bis näher an eine fahne das ist mir schon von der fahne nein das ist es nicht warum geht es denn bei diesem märchen hat ja einen merkwürdigen titel kann kappa kann kappa was ist das überhaupt ihr werdet es gleich erfahren unser neues märchen hat nämlich zu tun mit dem küchengerät was ich euch gerade gezeigt habe mit dem ja nicht topf sondern pfanne ist es das märchen von der pfanne nein habe ich schon gesagt nicht das märchen von der pfanne aber überlegt man was macht man denn so mit so einer pfanne mit einer brad pfanne und zwar was ganz ganz leckeres es geht um den dicken fetten pfanne und das märchen geht so es waren einmal drei alte weiber welche gerne pfanne kuchen essen wollten noch wer ist denn nicht gerne pfanne kuchen also ich esse pfanne kuchen sehr gerne naja die drei hockten dann zusammen in der küche die erste gab ein ei dazu her die zweite milch und die dritte fett und mehl das braucht man nämlich zum pfanne kuchen braten macht mal eure mama die kennt sich da aus oder dem papa ja und pfanne stand schon auf dem herd und als der dicke fette pfanne kuchen fertig war gescheit was sehr merkwürdiges der richtete sich nämlich in der pfanne auf in die höhe und sprang aus der pfanne und lief den alten weibern weg und lief immer zu und kantapper kantapper in den wald hinein so ein geräusch machte er jetzt schon so wie ein galoppierendes pferd da begegnete ihm im wald als erstes ein häschen und das häschen rief die kauf fetter pfanne kuchen bleib stehen ich will dich fressen der pfanne kuchen antwortete ich bin drei ollen weibern entlaufen und soll dir häschen lang ohr nicht entlaufen und lief kantapper kantapper in den wald hinein da kam ein wolf herangelaufen und rief die kauf fetter pfanne kuchen bleib stehen ich will dich fressen der pfanne kuchen antwortete ich bin drei ollen weibern entlaufen häschen lang ohr und schalb dir wolf grau pils nicht entlaufen und lief kantapper kantapper in den wald hinein da kam eine ziege herzu hüpft und rief die kauf fetter pfanne kuchen bleib stehen ich will dich fressen der pfanne kuchen antwortete ich bin drei ollen weibern entlaufen häschen lang ohr wolf grau pils und soll dir zicke langbart nicht weglaufen und er lief kantapper kantapper weiter in den wald hinein da kam ein pferd herangesprungen und das rief die kauf fetter pfanne kuchen bleib stehen ich will dich fressen herr pfanne kuchen antwortete ich bin drei ollen weibern entlaufen häschen lang ohr wolf grau pils zicke langbart und soll dir pferd plattfuß nicht nicht weglaufen können und er lief kantapper kantapper in den wald hinein weiter und da kam eine sau und schwein daher gerannt und rief die kauf fetter pfanne kuchen wer steht ich will dich fressen herr pfanne kuchen antwortete ich bin drei ollen weibern entlaufen häschen lang ohr wolf grau pils zicke langbart pferd plattfuß und soll dir sau ringelschwanz nicht entlaufen und er lief weiter kantapper 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 in den wald hinein da kamen drei kinder daher die hatten keinen vater mehr und keine mutter mehr und die sprachen lieber pfanne kuchen bitte bleib stehen wir haben noch gar nichts gegessen heute den ganzen tag dann sprang der dicke fette pfanne kuchen den kindern in ihren kopf und ließ sich von ihnen essen so war es die geschichte mit dem dicken fänden pfanne kuchen sagt man bei uns auch auf platterisch und das war's nun und jetzt guten appetit beim nächsten pfanne kuchen